hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bedross mit mir und dem tobi und es ist eine 4x2 runde das heißt wir werden aber wir werden trotzdem gewinnen sag ich jetzt einfach mal so ich baue in die mitte tobi wir müssen wichtig in dieser map ist dass man die mitte hält und vor allem in diesem vier mal zwei spielmodus ich gehe aber den rosen erholen erst bekommt ich habe nur noch fünf stück was kommt ich habe nichts ich habe 26 ich hole neu gelb ist weit vorne gelb wird vor uns da sein ich hole hast du eine spitzhacke ja okay dann kannst du gleich haben wir mit der spitzhacke los ja torben ich habe es ist die weg die weg die weg die weg dann kannst du gleich direkt nein nein die weg dann kann sich gleich drüber springt dann halt nicht war ich ein diner ja locker ja ja okay wir sind noch mal zuerst in der mitte wenn du dich beheizt spring 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 lenken einfach ab ich wollte ich dir in der mitte ich hau runter ich hab's ja okay wenn du gold für einen bogen hast dann lauf ja ich habe sogar für zwei ich habe alles da und bekommen läuft ok tobi ist was zum bogen oder nicht ja ich würde gerne einen nehmen ja dann hier vier gold sind in der kiste thank you no problem ich habe hier irgendwie nie bock mich zum eisen zu bauen weil das einfach so weit entfernt ist so hässlich ist ich mache das mal eben ich brauche ich würde sagen wir gehen jetzt beide erstmal die mitte tobi nee geh du in die mitte ich brauche noch eisen ist auch wichtig okay ich will mir eben hier ein bisschen sachen so lange die nämlich noch keinen bogen haben können wir eben schnell das eisen holen ja aber wir haben auch keine schwere sonst bleibt erst meiner base dann gehen wir gleich zusammen oder eine ausrüstung nein ich jetzt ich will jetzt mithalten sonst kriegen jetzt einen bogen darauf habe ich kein bock null bock habe ich darauf es wurde einfach noch nie wirklich einer getötet außer ich an meiner mitte da ist es einfach nur also irgendwie noch so keine kämpfe meine ich keine größeren oder sehe ich da jetzt irgendwas ach ok ok lass oh fuck ich habe ihn ausversehen runter geschossen also es war wirklich aus versehen warum wolltest du ihn denn nicht töten holy shit nice shit ich bin tot schieß ihn ab schieß ihn ab ich habe noch keinen bogen von er kommt er ist okay nein ton nicht kann ich habe ihn abhin abhin genau wieso hatte den eisenschwert ohne die sachen er hat einfach versteckt das ist auch nur taktik noch warte ich kann es dir ein schwert holen ich mache jetzt direkt sein bett kaputt rot war es ok ok damit hat rot gerade zum letzten mal hallo zu einer anderen base gesagt tobi ich habe meinen helm für dich gekauft tobi versuch mit deinem bogen irgendwas zu reißen damit die gehen jetzt alle zu unterschiedlichen teams da kannst du sogar ein bisschen runter boxen hier theoretisch ok einer weg ich habe wieder gold willst das abholen tobi keine in der mitte um genau zu sagen wollte ich jetzt hier ja ok einer grün kommt ja halt 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 zu hause ich bin bei rot was hättest du mir ja sagen müssen also dass du rot bist er läuft rückwärts und fällt dabei runter und weg ist da der letzte von live von rot dann muss ich hab den gelben mit dem bogen gekillt halt die mitte ich hole mir jetzt ich komme ich komme da kommt einer von grün und einer von gelb von beiden seiten ich schieße immer grün ab wenn ich ihn kriege habe ihn alles gut aber kommt noch einer ich habe mir den bogen geholt so ja warte dann können wir uns hier hast du nur ein schwert dabei aber hol du mal bitte zwei eisenschwerter hier ok ok rot ist totes hat sich gereimt ich mache mal kurz einen kleinen abstecher beim eisen oder das hat ja keiner im bogen weil dann guck mal er schreibt pussys obwohl wir jetzt die mitte erobert haben weil dann kann ich dann kann ich mir nämlich auch noch so ein schnike so ein schniken level 3er wustpanzer gönnen hast du auch einen äh ja ok dann sehe ich ja mitgeholt soll ich die da hinten eben runter schießen einer kommt einer kommt von gelb einer kommt von gelb mit rückschuss stopp ok sehr gut ich hole daneben die eisenschwerter wird gemacht 1 und 2 und noch den dicken brustpanzer brustpanzer hört sich so geil an zack 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 äh wieso fällt gelb da die ganze zeit an der selben stelle runter ich verstehe die wieso habe ich eigentlich noch keine restliche rüstung die gönne ich mir auch eben einfach pico äh ja kannst du mir auch ne spitzhacke irgendwie holen ne bessere ne spitzhacke bessere kann ich überhaupt nicht holen ach so ja dann ist ok ich hab ja ähm einer bei gelb und einer bei grün ich bin jetzt wieder da ich bin grün ja ich hau grün neben weg ok hä lol ach so der ist von allein hier 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 da ist das eisenschwert in der mitte und gold ist auch schon wieder gesmolten ja gib mir bitte das gold ich nehm gelb ja ok gib mir das gold einmal was du hast ich hab noch eins hier da ok perfekt ich bin kurz bei uns in der base du musst den bei eben halten alleine ok kein problem boah das ist eine routineaufgabe soll ich nebenbei noch ein bett machen nein nein warte noch bitte ok weil die frage ist wollen wir auf nummer sicher gehen oder uns aufteilen ich würde eher sagen auf nummer sicher gehen dass wir die grün ja 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 das auf nummer sicher gehen baue unser eben ein bisschen zu also gelb ist ja 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 deutlich gefährlicher als grün tobi bau eben bei uns die treppe dazu so ein bisschen mit ein paar blöcken ich bin schon wieder hier ok mach doch nichts ok dann das gelb machen ne ach ne grün kommt grün kommt grün kommt ja ok ich geh nur weiter zu gelb vor ok sehr gut ich hab nämlich mir was ganz tolles gekauft was mir helfen wird ein devil dreier bogen nein naja trocken also jetzt bräuchte ich dich ich kann mir jetzt auch einen holen ja ich komme aber wir müssen aufpassen dass keiner zu uns rennt tobi yes ja gut dann mach ich hier alleine fuck er kommt ja ich kann helfen warte ne ne noch gehts ja sag wenn du nicht mehr weiter vorrücken kannst oder so ne ich muss nur beide irgendwie gleichzeitig tot haben ähm soll ich kommen ne ne ich war ich bin grad so ein bisschen hin und her gerissen weil ich hab Angst dass die unser Bett gleich einfach zerstören ok jetzt kann ich kommen ne ne nicht nicht ich hab das ok sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ich mein ich hab den gerade getötet aber gut was ich dir in die mitte kommen ja 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 sie kommen beide aber ich hab den kill einfach gesnackt oh und den hast du ich hab den richtig schön vorgegeben hey ich hab einfach drauf gezogen und dann oh warte tom warte ich muss dir noch eben was überreichen warte sonst können wir nicht gewinnen ähm bei mir hast du gedanken oh Tobi komm hier Tobi Tobi ich muss dir auch was übergeben hier hier ja den hab ich auch noch man die versuchen war jetzt zu groß dich runter zu bauen aber naja aber dann hättest du 22 Gold in meinem Inventar verloren ich hab noch nicht mal den besten Bogen aber es ist mir egal machst du das Bett oder äh ja ich hol die passt du mal auf rot auf ne ja mach ich du weißt dass rot tot ist achso ne hol das Bett äh ja ok dann kriegst du die ganzen kills wo ist denn der andere ich glaub der ist back up ach der ist gedessen schade ich war fast bei ihm gg gg er kriegt nur einen ähm er kriegt insgesamt boah insgesamt kriegt er sogar 5 ok ähm ja Leute es war äh keine spannende Runde weil von vornherein klar war dass wir gewinnen werden trotzdem war es eine schöne Runde und ähm da hat man wieder gesehen wie man Badrush spielen muss um zu gewinnen und da würde ich sagen habt morgen ist der Heiligabend ähm ja habt schöne Weihnachten schöne Feiertage es werden natürlich auch da Videos kommen die werden wir vor produzieren nicht dass ihr denkt wir hocken Heiligabend oder so ähm vom PC könnt ihr natürlich machen wenn ihr unsere Videos nicht verpassen wollt richtig und dann sehen wir uns morgen wieder haut da rein und ciao bis bis